Hallo ihr Lieben. Herzlich Willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Walking Dead 400 Tage. Wir werden jetzt gucken, ob wir hier lebend rauskommen. Wer wird nicht beschossen? Genau. Richtig. So, mal gucken. Wenn ihr an der Tank an dem Deiner beschossen wurde... Andere Gruppe war, genau. Oh, oh. Jetzt haben sie einen Reifen kaputt geschossen. Und kuh, 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 der nächste Reifen. Ja, was soll ich denn sonst noch machen außer pushen? Ja, schade. Ohne Munition? Der ist doch Munition drin. Der hat doch aufgeladen vorhin. Ich kann aber noch nicht laufen. Weil jetzt ballert der schon wild rum. Achso, doch, ich kann laufen. Ja, ich wollte mit W laufen. Musste aber mit... Oh, jetzt muss ich auch noch fangen. Okay. Opa, ich bin so ne Nuss. Sehr gut. Und wo schieße ich hin? Ops. Piu, piu, piu. Stolpert, würde ich sagen. Stolpert, würde ich sagen. Oma ist bestimmt einer der Zombies. Der angebunden worden, der das Hundebaby gefressen hat. Okay, das ist klar. Kuh, das Gesicht kam aber irgendwie bekannt vor. Ich glaube, das war eher eine von den Krebskranken, diese Omi, die da in der Ecke stand. Okay. Okay. We're gonna be fucking quiet. We're gonna sneak up on this son of a bitch and take him out. Can you hear me? Nicht ein fucking Beep. Let's go. Ich sehe ihn. Check durch die Tür. See if there's anyone else. Da war noch einer, ne? Für was? Da war noch einer, hab ich gesagt. Ich hab den Kopf gesehen, meine ich. Ich hab nichts gesehen. Wo ist er denn jetzt hin? Doch. Ja? Mhm. Er hört natürlich keiner, dass er die Tür aufgeht. Drücke und halte die linke Maus raus und bewege die Maus dann vorwärts, okay. Linke Maus, was da? Das ist nicht so schlimm. Nein, das ist nicht so schlimm. Nein, das ist nicht so schlimm. WALT! Du bist nur passin' by wie jemand anders. Bullshit! Du kamerest uns zurück, um uns zu verabschiedern und zu holen unsere Essen. Du hast deine verdammten Marbeln verloren. Sie ist sterben, und jetzt kann sie deine Gesichter sehen. Wir haben nie hier nie gehört, Herr. Dann, wer hat meine Frau geschaut? Es war nicht uns. Du hast versucht uns zu töten, für keine verdammten Grund. Wenn es nicht, wir sollten dich ausfüllen. Bitte, einfach raus aus hier. Bitte, uns allein. Was sagst du, Russ? Können wir nur die Leute zu töten und nehmen alle ihre Sachen? Ich bin fertig. Das ist alles, Mann. Ich weiß dich nicht, und ich will nicht. Kannst du eine verdammten Geräusche machen? Verdammt deine Geräusche. Entschuldigung, ich bin weg. Komm schon! Können wir immer noch Freunde? Nein. Ist er erschossen. So, jetzt wissen wir wenigstens, wie die Oma da... Warum da der Blutfleck war, und warum der Zombie da war, ja. Genau. Jetzt haben wir nur noch ihn hier. Den Vince. Dann gucken wir mal, was mit dem war. Oh. Okay. Und nun? Okay. Wir haben noch eine Polizei. Mal gucken mal, das ist die Apotheke. Ja. Aber das scheint doch zum frühen Zeitpunkt zu sein, man weiß ja... Mhm. Da wird gar nicht der Tag eingeblendet. Shit. Oh fuck. Ja, wahrscheinlich ist das noch am Anfang. Tag 2. Tag 2. Was ist dein Problem, Mann? Was ist dein Problem, Mann? Was ist dein Problem, Mann? Ja. Hey, Vince! Justin's gonna make me! Es ist zu heiß für diese Scheiße. Vince, ich mache ihn heiße jetzt! Settle down, assholes. Er hat es angefangen. Hey, Mann. Wie geht's dich öffnen eine fucking Winde? Es ist eine Prison-Bus, Asshole. Die Winde ist... Hey, Justin! See das Mann in der beat-up-truck? I bet er lebt in der truck jetzt. Du hast wahrscheinlich seine ganze Haus. Lebensvergabe. Shit! Ich bete du hast das Dauk! Du hast das Dauk, Mann? Ich war nicht von Leute wie das. Anyway, besser als die Verkennung. Hey, wie viele Mal habe ich dir gesagt? Hier geht's. Seriously, ich war falsch verabschied. Wie alt war sie? 15? Dammit, es ist nicht so. Du sagst mir, dass es keine Star-Witnesses warst, in deinem Wunschelmacher? Ich bin schockiert. Wir sind alle in der gleichen Bote hier. Was ist das Problem? Der Punkt ist, ich bin nicht so. Ich sage euch, Leute, ich bin nicht so. Ich bin nicht Angst, dass ich es sagen kann. Ich bin wirklich missen meine Freundin jetzt. Ich glaube, sie ist ziemlich schockiert. Es ist schlimmer als das, Mann. Sie will nicht mit mir sprechen. Ich habe nicht gehört, sie in Monaten. Sie sind wirklich mit mir. Wie wirklich. Ich lasse es, Mann. Ich will, aber du weißt. Ich liebe sie, Mann. Was ist wichtig, Mann? Du gehst in die Jäule. Du hast nie gehört von einer Konjunktal-Visit? Danni, ich weiß, dass du das nicht verstehst, weil du dich bist. Aber du wahrscheinlich verabschiedst, die Frau von der Frau, du Scheiße. Anfänger. Ehe. been hell up in here geth Tanik hey how about some water back here sure what the stand cry dry down telling you again to lose your shit and tell them you didn't know what you were doing or I'll such a lied turns out I'm good at that you lied on the stand see that's the kinda shit I could never do religious no man watch a lot of cop shows nope what that it just ain't right give me a break Ich muss sagen, ich würde nichts sagen, um zu machen zu machen. Ihr seid verletzt. Sieht der Kriminell. Wollt ihr wissen, was das lustig ist? Ich habe keine Ahnung. Ich habe meine Verletzungen für Jahre. Sie wussten, was sie waren. Und jetzt hier bin ich. Und da sind sie. Und Wall-Street-Aß-Holls, die gleichen Zahlen, die Schmerzen sind auf TV. Fuck. Das. Wie funktioniert das? Es war wie... eine Pyramid-Scheme. Das sind keine... Schmerzen? Es war eine wirklich gute Pyramid-Scheme. Wie warst du mit dir selbst? Easy. Ich habe nicht gedacht. Wie viel hast du mit dir gemacht? Enough. Also, ein paar hundert Kilometer? Ein bisschen über ein hundert. Million. Verdammt, Mann! Wenn wir hier rauskommen, du, ich und Vince, wir müssen in der Bühne gehen. Weißt du was? Nein. Es geht für den X-Men. Es geht für den X-Men. Vielleicht ist er ein Priester. Ja. Vater, Vincent. Ich beteide er ein Kind. Ich helpte mein kleiner Bruder. Sie senden dich in die Prise für das? Er war in Probleme. Ich musste... ihm helfen. Ich wusste ihn. Ich wusste, dass es etwas schmerz. Du wirst es, Mann? Wenn du sagst, was ich, du sagst, du sagst, du sagst. Du sagst. Aber was sollst du machen? Ja, ich fühle dich. Wie haben sie dich getroffen? Einige Schmerz in den Päckchen. Und? Einige dumme Schmerz hat die Kahn über den nächsten Tag. Der Kind hat ihn gefunden und er hat ihn verraten. Du musst mich schuldigen. Mann, du hast ein schlechtes Glück, Vince. Ich habe ein schlechtes Glück, Vince. Das ist nicht schlecht. Was denkst du, Justin? Was du denkst? Was du machen? Du sagst mich? Du sagst mich? Du sagst dich, du sagst! Oh, jetzt haben sie gleich einen Zombie da drin. Oh, jetzt haben sie gleich einen Zombie da drin. Hey, get in there, man! Sit down, goddammit! They just need to work it out. They're doing more than working it out. Damn it, Crabtree! Don't make me come back there now! He's gonna kill him, Vince! Let the guard handle it, guys. Fuck that! We gotta get in there! You do not want to get in the middle of that shit, Danny. Fuck. Vince, we gotta do something. You know this ain't right. I'm not doing any more time to save some stupid asshole. Help him, Danny! What's that? Speak up, boy! I can't even change too short! I can't even change too short! Crabtree! I'm warning you one last time, goddammit! You gotta get in there! Get yourself in there and bring that shit up, man! Come on, boy! Get back there! Okay, asshole! Let him go! Get in between them, goddammit! He's gonna kill that boy! Knock him out! Let him go, goddammit! Okay! Wow! Na gut, der hat ihm in den Kopf geschossen. Es wird kein Zombie. What the fuck were you doing? Das ist schon mal was Gutes. Das ist schon mal sehr gut. Ja. What happened? What did you do, boy? Goddammit, boys! Answer me back there! Damn, that guy's still alive! Get those cuffs off him, man! The witch is also about to zombie. I don't know. He's still breathing? He's, uh... Fucking fuck! You gotta call someone, man! What? I'm calling this in. Don't call it in here. He might still be alive. Call a damn ambulance, man! I just need a minute! You gotta call someone, man! Jetzt redet er durch oder was? Was ist jetzt? Zombies? Was ist jetzt? Zombies? Ja, gleich nicht mehr. Oh! Fuck! Wir müssen die Schlüssel holen, dass wir da rauskommen. Ja, klar. Welche Situation? Mhm. Was soll ich jetzt machen? Was ist denn? Was ist denn da? Noch lange drüber reden? Was ist mit der Schott gegangen worden? Ja. Dann roll ihn runter. Was ist mit der Schott? Geht die Schacht, Mann! Geht hoch, Vince! Schau dich! Schau dich, Scheiße! Getroffen! Oh, was ist denn, Mann? Entschuldigung. Mann, ich kann nicht glauben, dass du dieses Scheiß nicht glauben. Kannst du das Scheiß nicht glauben, Mann? Nein! Nein! Wir müssen einen Weg finden, um rauszukommen! Ich bin jetzt auf dir. Er wird doch jetzt bestimmt auch gleich zum Zombie. Doch. Wollte ich gerade, aber du nicht. Er hat ja gesagt, die brauchen den Schlüssel. Ja, aber da gab's doch... und... Okay, schwierig. Oh, wie spannend! Eeeey Ok, da unten Ah na, da unten auf die Fässer schießen Der schießt nicht Der nur unterrückt an Ne, der war doch irgendwie das Schossymbol Ja, aber dann... Ja, aber dann ruckelt der da nur dran rum Der nur unterrückt, ne? Also, die sind nur zugeschnallt, dann müssen wir da irgendwie... Die haben auch die Hände verbunden Bis jetzt? Ja Oh, aua Oh, jetzt sind wir auf die Bandschießen oder was? Ja Oh, das ist ja ekelhaft Das kannst du als Screenshot nehmen für die Folge Ja, oh Boah Na, helfen wir uns jetzt Ne, die Reihe, der rennt jetzt, pass auf Wisst du? Ja Mist Das ist ja ekelhaft Ey, unangenehm Ich hab das wohl irgendwie falsch verstanden, was ich da machen muss Naja, es war ne Möglichkeit rauszukommen Tag 400 Aber Was ist ja nicht Wir waren richtig Es gibt 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 Ich habe ihn gefunden. Okay, so far so good. I'm going to try to talk to him. Wish me luck. Yeah, good luck. Be careful. Don't try to force him into anything. Just get as many of them as you can. You got it. Hey, don't you? Don't fucking move. Who the fuck are you? My name is Tavia. How did you find us? I found your note. I'm a scout for a growing settlement up north. We go out and look for survivors to rescue them. We have food, clean water and shelter for everyone. We're offering you a chance to help us out and start over. God, this sounds too good to be true, but I think it is. Bonnie, get real. Just because you have to tell the truth all the time doesn't mean everyone else does. If I didn't trust people, I'd be dead. I know that for sure. People can care about you if you let them. Like Leland cared when he let you run off alone. That's enough, Becca. Guys, look. If I learned one thing from Danny, it's that we have to stick together and protect ourselves. What? That guy was an asshole. You should be happy he got killed before Shell and Becca joined us. Why? Don't worry about it. Wait, you find survivors? Do you find a lot? Not as many anymore, but... Well, we gotta go. Eddie might be there. Why... Look, we need people. Plain and simple. And you folks can decide if you want to come as a group or split up or whatever. But I don't want to be out here in the open after dark. So in a few minutes, I'm gonna be getting back in my car and on my way. Hopefully, at least some of you will follow me. Well, I'm going. Maybe we should go too, sis. If Roman is still looking for us, he wouldn't be able to do anything to us there. There's no way that guy is still looking for you. We've been to that truck stop. There's no one left. Roman's not a problem. It's following her that'll get you killed. Look, I know it's a risk, but what else is there? If you guys are going, then so are we. I don't like this, guys. We should just walk away. I don't trust her. Of course you don't wrestle. You don't trust anyone. Then stay here if you want. I'm not bringing anyone against their will. We only want people who want to be there. I don't understand what the problem is. Are you really considering staying out here? Foraging for food like fucking raccoons? I mean, then why did we even leave the photos there? Well, it could be a trap. What if they want to kill us? Thank you. Everyone out there is batshit crazy. We've all seen it. Well, we turned out alright, didn't we? If we wanted to kill you, you'd be dead already. I had a gun and snuck right up. Well, what's stopping you? Exactly. Nothing. Look, I know you guys are wary. And you have every right to be. You don't know me from a hole in the ground. And yeah, there are some crazy fuckers out there. All I'm here to do is make an offer. You can come with me or you can stay here. The choice is yours. So, who wants to come with me? Yeah. I have to. I'm just not sure. We've been out here for so long and seen so much bullshit. I mean, is it really worth getting our hopes up? Of course it is, Russell. Hope is all we've got left. It's a safe place for everyone. Criminal activity isn't tolerated within our walls. Period. You don't have to worry about bandits or walkers or anyone else. We look out for each other. We understand. I think we've all made up our minds. Well, I guess we have our group. What do you want to do with these? This is a good thing. I know it is. Mhm. I'm really excited that it's really so good as she thinks. Yeah. How do we know this will work out? Oh, hands. You don't. Yeah. Yeah, you're the one. That was with 400 days in The Walking Dead. That was already the end? To see so well. Also... We're going to get ahead of the way. Yeah. ich fand das ja jetzt schon so ein bisschen schräg. Ja, komisch, wie da die Entscheidung auch betroffen wird, also auf welcher Basis jetzt die sich entschieden haben mitzugehen oder nicht mitzugehen. Ja. Also im Vergleich zu der Hauptstory fanden sie jetzt nicht so spannend. Es waren zwar ganz interessante Storys dabei, aber irgendwie das war das. Ja, hat mich jetzt nicht vom Hocker gerissen. Also ich bin mal gespannt, wie es weitergeht mit der zweiten Staffel von The Walking Dead, die wir dann ja jetzt hier im Anschluss spielen werden, sprich übermorgen werdet ihr wahrscheinlich die erste Folge von... Oder sind bei Tagepause, das sehen wir dann. Mal gucken, wie wir da zurechtkommen mit der Aufnahme. Gut, wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns einen Daumen hoch da und wir sehen uns zur zweiten Staffel The Walking Dead, oder? Genau. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss. Das war's für dich. Bis dahin. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020